Na alle zusammen, hier ist wieder Heutella und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toyguide präsentieren. Heute geht es um gleich zwei schicke Toys. Und zwar können wir die beide von einem NPC erwerben. Das ist nämlich die Archivarin Janera, das ist die Rüstmeisterin der Eingeschworenen. Diese befindet sich hier in Revendrest auf den Koordinaten 72, 52. Sie verkauft uns insgesamt zwei Toys und noch einen Haufen anderes Zeug, das wir uns jetzt mal näher angucken wollen. Und zwar haben wir einmal hier das Toy Schnell Rezitations Federkiel. Und dann haben wir Obszönitätsrichter. Diese beiden Toys können wir uns beide von ihr kaufen. Bei einem respektvollen Ruf für 500 Seelen- oder Sündensteinfragmenten so rum. Und dann das andere für einen ehrfürchtigen Ruf. Und das kostet 1000 Sündensteinfragmente. Zusätzlich können wir uns noch ein Eichi-Rezept holen. Dann einen Mob, der wöchentlich hier eine Kiste abliefert, die uns quasi... Ich glaube, bei mir waren 200 von den Fragmenten drin. Also ganz nett, so passiv ein paar Fragmente zu erwerben. Dann ein Rückenteil, das nur die Venture benutzen können. Dann gibt es noch zwei Items. Einmal für sich selber und einmal für einen Twink, wo man mehr Fragmente looten kann. Dann ein Pet gibt es und dann gibt es noch ein Mount, das aber leider auch nur die Venture benutzen können. Und da ich Necrolord bin, schaue ich leise leider, leider in die Röhre an der Stelle. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns die beiden Toys mal an. Und zwar erstes Toy gelernt, zweites Toy gelernt. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wo wir sie haben. Einmal hier Schnell-Rezitations-Feder-Kiel. Und was macht das schicke Toy? Gehen wir mal nach draußen, dann haben wir vielleicht ein bisschen besseres Licht, dass wir auch alle sehen können. Benutzt, zieht Feder und Pergament hervor und diktiert ein großes Epos oder eure Einkaufsliste für das Auktionshaus. Machen wir das doch mal. Ah, das ist ganz cool. Also wir haben quasi ein schwebendes Pergament mit zusätzlich einem Federkiel, der drauf schreibt. Ja, nette Geschichte. Arbeitet dann etwas großartig. Ach, das bleibt drei Minuten da. Wenn man sich bewegt, ist es weg. Okay, interessant. Das ist das erste Toy. Und das zweite können wir vielleicht mal so suchen. Obszönitätsrichter. Platziert einen Obszönitätsrichter auf dem Boden, sodass ihr und eure Verbündete Buße für eure Obszönitäten tun könnt. Okay, machen wir das mal. Platzieren wir den mal. Also es ist nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen. Oh, das ist so ein Gefäß. Ich habe ein obszönes Wort verwendet. Hier sind 15, 25 selber Buße. Sind die dann wirklich weg? Warte mal, habe ich jetzt wirklich 25 selber verloren? Oh, ich habe ein besonders obszönes Wort verwendet. Hier ist ein Gold. Okay, warte mal. Wir haben 6.584.649 Gold. Ich hätte mir fix Gold Cap rüber schicken sollen, um zu flexen. Aber gut, wir schauen hinten mal auf die neuen, ob sich die verändert. Da ist tatsächlich mein Gold weg, wenn ich das Ding einsetze. Oha, okay, gut, dass... Also hier kann man Gold vernichten. Blizzard weiß schon, wie sie Gold aus dem Spiel nehmen. Aber das kann man so oft benutzen, wie man will, oder? Kann ich hier noch ein Gold einschmeißen? Ja, ist noch ein Gold weg. Okay, die beiden Items haben wir. So, jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, wie wir den Ruf hochbekommen. Beziehungsweise die Fraktion freischalten, solltet ihr das noch nicht getan haben. Und zwar, hier wo wir jetzt sind, könnt ihr, wenn ihr die Fraktion noch nicht freigeschalten habt, eine Quest annehmen. Und zwar schimpft sich die, unsere vergessene Bestimmung. Dann müsst ihr 13 Quests machen. Da geht es unter anderem dann hier hoch. Dann müsst ihr hier ein paar Quests machen. Und wenn ihr diese 13 Quests abgeschlossen habt, dann habt ihr die Fraktion vollends freigeschalten. Auch alle Mittel, die wir brauchen. Denn dann geht es darum, hier diese Hochinquisitoren zu töten. Und für die bekommt ihr Ruf. Es gibt drei Stück. Es gibt grüne, blaue und epische quasi. Die brauchen verschiedene Sündensteine, um ein Schild runterzunehmen und sie dann umzuboxen, um es schnell und einfach zu sagen. Die epischen bringen, glaube ich, 200 Ruf. Die grünen 100 und die, ähm, ne, die grünen 50 und die blauen 100, also 50, 100, 200 war es, glaube ich. Die kann man halt abfarmen, auch in der Gruppe und seit neuestem auch im Raid. Das hat Blizzard geändert. Am Anfang ging es nicht im Raid. Und, ja, wo kriegt ihr diese Sündensteine her, um die rauszuholen? Ihr könnt, wenn ihr die Mobs hier in dem kompletten Bereich unboxen. Da bekommt ihr übrigens dann auch die Währung her. Also die wir für die Toys brauchen, diese Sündensteinfragmente. Oder ihr tauscht die Sündensteinfragmente hier um gegen einen Key. Können wir hier zum Beispiel machen, einen Sündenstein eines Inquisitors. Und dann haben wir so eine Tafel, die können wir einsetzen. Und müssen dann damit die Barriere von dem Inquisitor runternehmen und können dann unboxen und bekommen den Ruf. Und das gleiche können wir auch machen mit den blauen Dingern. Also hier können wir uns noch eine blaue holen. Und für die Epischen, da können wir nicht die Sündensteinfragmente benutzen. Sondern da brauchen wir dann Sündensteinfragmente eines Großinquisitors. Und die bekommt ihr immer von einem blauen Typen. Also wenn ihr die Epischen killen wollt, die am meisten Ruf bringen, dann müsst ihr zehnmal einen blauen unboxen. Dann habt ihr zehn Sündensteinfragmente eines Großinquisitors. Und habt dann eins, kriegt dann so ein episches Ding raus. Genau, ihr seht, hier haben wir eine grüne Tafel, eine blaue Tafel und eine epische Tafel. Und ich kann euch hier das Add-on empfehlen, Handynode Shadowlands. Dann seht ihr die hier auf der Map. Das sind die roten Punkte. Er lauft hin, aktiviert. Wir können jetzt mal hier so ein Ding aktivieren. Seht, dann haben wir so einen Extra-Button. Und den Extra-Button setzt ihr auf den Mob ein, dann wird das Schild runtergenommen. Ihr seht, auch den, wo ihr den Extra-Button eingesetzt habt, seht ihr auf der Map eures Totenkopf. Das ist, glaube ich, auch Standardinterface. Da könnt ihr hingehen, Schild runternehmen, unboxen. Ihr könnt es so machen oder ihr macht es so, wie ich das gemacht habe. Ihr geht einfach in eine Raid-Gruppe, die im Endeffekt für die Eingeschworenen den Ruf hochfarmen. Und dann wird im laufenden Band, werden die zwei epischen hier umgeboxt. Weil halt bei 40 Leuten auch die ganze Zeit die Steine droppen. Und so viele Leute diese Steine haben, dass man die ganze Zeit die gleichen umhauen kann. Das ist wesentlich effizienter. Ihr könnt es aber auch in einer kleinen Gruppe oder alleine machen. Das geht auch, wenn ihr das nicht mit anderen Leuten machen wollt, weil ihr andere Leute zum Beispiel hast. Keine Ahnung. Dann könnt ihr das natürlich auch machen. Ist aber halt nicht sonderlich effizient. Okay. Gut. Das war es soweit mit dem kleinen Toy-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.